Oh, oh yes, yes! Oh, 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 oh. Herzlich willkommen zurecht zu God on Warfare, verletzten wir uns Zombies mit seinem Kämpfer Katzen, meine Winschkarte und meine reizenden Bärenassistentin. Hallo? Äh, sie ruckert! Ich war gerade abgelegt. Hä, was? Ich hab doch gerade... Was? Worum ist das bei mir Schwarzbild? Oh, ich bin wieder rausgeflogen! Ich war doch gerade drin, verdammte... Ich muss mich wieder Neileitung schicken. Okay. So, ich überlege, muss ich das noch, ne? Was? Man müsste da eine Gruppe machen, oder? Man kann Gruppen machen, irgendwie. Heilblumen können aneinander haien, einfach die doppelte Heilstrahl. Mal gucken, was ich jetzt bin. Und was sagst du bis jetzt zum Spiel? Pff, ja, ne? Ja. Oh, hinter mir ist ein Schnapper! Die grunzen so süß! Ein Schnapper toll! Ach, bitte, mach schneller, ey, ich geh kotzen! Besonders das Spiel kostet in Premium Edition 35 Euro. So. So. Also die zwei jetzt. Premium mit ein paar Boostern, bla bla bla. Mit ein paar Münzen. Ich bin unterwegs! Oh, fuck! Ich wollte gerade nen Sound machen! Was ist ein Zombie? Ja. Warum? Du Stück Schmutz! Wieso? Fuck! Nee, doch nicht! Uh, fuck! Das hört mir ab! Hä, wer schießt denn hier auf mir? Oh nein, ich bin behindert. Wart nach! Fuck! Du hast dich erwischt! Du hast dich erwischt! Aber ich hab so nen fliegenden Zumber zerstört noch, bevor ich... Ja, das war meiner! Das war meiner! ...Abgang gemacht schon! Nein, das war meiner! Das war unüberlegt, wo du das gemacht hast! Ich bin jetzt langsam immer mehr zum PvP gegeneinander! Stück Schmutz! Wieso, folgst nämlich! Oh, da oben ist ne Zombie-Heitestelle! Komm her, go, 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 go! Ich war schon tot, der Partner möchte mich nicht noch betäuben! Der Hohensohn! Nee! Komm, schläfst du was! Du Fatsche, jetzt komm ich nicht mehr da durch! Oh, doch komm ich, okay! Du hast trotzdem Scheiße gesetzt! Du bist gestorben, Lodger! Ich hab das... Ich hab's gerade gesehen, dass du gestorben bist! Ist schon ein Scheißgefühl, wenn man so gerippt wurde! Fuck! Was war das? Alter! Das war ein Revolver! Hinter dir! Hier, Bro! Ich hab'n trotzdem noch mitgekriegt! 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 Und... Ich hab'n gewonnen! Und... Ich hab'n gewonnen! Ich hab'n trotzdem noch mitgekriegt! 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 ... ... ... Ach, du bist'n Schnapper! Okay! Au! Fuck! Er hat mich weggetickelt! Ich lebe noch! Jetzt bin ich tot. Dieser Dangerous. Hält mich jemand? Ich bin mir nicht ganz zu sicher. Okay, halt mich keine O-Kan. Doch, doch. Oh, dann sag doch was. Ich war doch fast da. Dann sag doch was. Dann sag hier, ich bin bei dir in der Nähe. Dann geht's los. Ich verpiss mich mal. Das ist mir jetzt zu blöd. Das krieg ich noch. Fuck. Ich unterschätze mich mal, wie groß die scheißen Mäpäps. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es. Was verschlinge drei Allstars? Was sind denn Allstars? Das sind die Football Fiecher. Warum trifft er mich trotzdem? Schrechlein Tod! Scheiße! Da war jetzt... Tod! Ja, ich weiß. Der Typ hat so ein Maisteil gehabt. Da hatte ich keine Chance. Ich würde sagen, die Zombies sind etwas dozent zu viel. Das sind viele Zombies. Ja, das sind zwei mehr als wir. Ich habe ihn mitgenommen. Oh yeah! Das ist ja behindert. Ich habe mich nicht gesehen. Aber du hast wieder ihn weggesnackt. Sehr schön. Kann sein, dass er mich nicht gesehen hat. Pflanze für Pflanzentöpfe? Was sind denn Pflanzentöpfe? Das ist die neue Fähigkeit, die du hast. Oh, Fick. Oh, halt! Du blöder Wichster! Warum? Warum setzt du nicht so einen beschissenen Blumentopf erst? Du beschissene Sandblume! Alter, ich gebe Bock! Ich habe ihn schon weggeholt. Oh, Fick! Du schau dir nicht jetzt aus. Du schau dir nicht, aber du schau dir wie移st! Du schaust. Es ist alles klar. junger ведь! Du schau dir nicht. Du schau dir nicht mit dir! Ach, du schau dir nicht! Du schau dir nicht. Ich bin jetzt ja auch! Ich hab schon wieder neu rumgeschaut. Und ich hab einen neuen Schnapper gekriegt gerade. Welchen? Stepper! Was? Ein Stepper! Der tanzt! Alter, wie ist denn das geschafft? Aus so einem Pack? Ich hab einen Stickerpack gekriegt gerade. Wo ich Level 10 erreicht hab. Ach so. Oh, das ist neu. Ne, es ist neu. Für mich schon. Nein, das ist das mit dem Schiff in der Mitte. War hier doch nicht. Ich war hier doch nicht. So. So, ich bin am Stüssel. Ich hab da einen neuen Schnapper gekriegt. Wo sind wir? Muss ich den anpassen oder was? Nein. Nein. Ich muss mal wechseln. Heesborn. Heesborn. Ne, ist nicht so geil. Ach scheiße, hieß er nichts. Ich fahrt mir grad meinen Hochwelle. Ne, da nix. Ja, ich würde aufpassen, dass jemand. Tarnüberraschung. Quillen halbwegs. Hehehehehehe. Hehehehehe. Du kack nu. Du bist in meine Miene reingelaufen, du kack nu. Bist du ein Tommy? Nein. Ich bin ein Kaktus. Kaktus oder was? Ja. Was? Oh, fuck. Delfinkanone, dieser beschissene. Was? Mann, die am Arsch. Ein Dude kommt keiner, oder? Ja, der andere ist gut. Der andere ist gestorben gerade. Warte. Ich leb hier gerade alle wieder, dachte ich zumindest. Alter, wie klein ist die die scheiß Mauer am Arsch, alter. Ja. Ey, ich wollte mich grad in der Mauer verstecken und hab's grade mitgekriegt, die ist gar nur so groß. Das sind zu viele Zombies. Zwei. Du hast Weihnachtslicht noch. Ja. Wie du läufst! Ey, guckst du auf meinen Arsch, oder was? Jaaaa! Du bist ja abartig. Wie süß! Ah, die Dinger sind so geil. Die Zombies find ich alle hässlich, aber die Pflanzen sind unheimlich niedlich. Ah, die kämpfen alle oben aufm Schiff. Hm, was Kack-Noobs sind. Sind Haufen oben und unten irgendwelche. Ich kann die, ich kann die ein bisschen wegsniperen, ja, aber... Und das hab ich auch. Hier bist du echt gut bereit, wenn du einen Kaktus hast. Fuck. Es sind zu viele dort oben. Bist du in der Nähe? Ich nicht. Gut, dann kann ich mich respawnen. Nee, die Runde geht eindeutig an die Wichser. Die Assi-Cämpfer, ey. Die sind alle jetzt Wissenschaftler, tun auch auf dem Spawnzeug dort oben hin. Und du hast da einfach keine Chance ranzukommen, wie die sich so schnell anhallen. Der ist so dumm, ey. Ich kann kotzen. Die Idee war gut. Die Idee war gut. Die Umsetzung war scheiße. Oh, Alter. Schon wieder eine Federmelder. Färtsch. Das Zume ist bei den scheiß Wissenschaftlern, die haben einen Warp. Hm. Die haben so einen Teleport. Und das können die, ich glaube, zwei oder drei Mal einsetzen. Scheiß. Also, warum die ist quasi runter, dann wieder hoch. Hast du keine Chance? Nee. Hast du das gut gesehen, wie viele Ladestationen die haben? Oder bist du gar nicht hin? Na gut, du wärst wahrscheinlich gar nicht mehr hochgekommen. Na doch, die setzen die Dinger, ne? Zum Heilen. Ja, diese Drehteile. Also, Kaktus fetzt. Kaktus fetzt schon. Kann ich nicht meckern. Der ist schon sexy. Das war aber trotzdem jetzt scheiße. Hm, das war eine Kackrunde. Ja, das waren zu viele Zombies. Und dann haben die oben alle gecampt. Ich muss mit meinem Kaktus noch was machen. Was? Achtung. Oh, was? Gibt's doch Yetis? Alter. Ich will so einen Yeti haben. Ich will so einen Yeti haben. Wo geht's denn überhaupt lang? Was geht noch? Wo sind denn die Zombies hier? Hallo? Ist die hier? Ist die hier wer? Hallo? Ich will ja nicht stören. Ich seh dich. Ah, du bist wieder drin. Fuck. Ich brauch ne Sonnenblume. Wo sind sie, wenn man sie mal brauch? Ich hab' mich wieder gekötet. Du Kack-Noob. Ich schleich mich von hinten an. Ich seh' das schon, ich seh' das schon. Die kleine Drecksau. Der ist schon mal in die Miene gekommen. Dieser Scheiß-Dominic. Oh, ich brenne, ich brenne. Oh, ich weiß mal was. Opfer. Dieser Scheiß-Dominic. Ich kann kotzen. Der ist schon wieder. Oh, der geht mir am Sack. Kleiner Wichser. Ah, Dominic. Du Noob. Okay. Was? Das war kind, der ist ja nur ein Zweck. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber okay. Fuck, der ist ja auch nicht gut. Was? Der schießt! Cool, was ist denn mit dem Schnapper? Der könnte jetzt Schock machen. Hehehe, du Noob. Ah, du hast den Tod gemacht, danke. Du Kack-Nub, hau' ab. Du riechst doch ködeln. Ich bröchne Sonntummel bei mir. Fuck! Mist, der Typ hat meine Bombe gesehen, hat die gleich entschärft. Scheiße. Ah. Die Kakt... Äh, die Kaktilfetzen. Oh Mann, ich werde wieder penetriert. Treffe. Hä, ich will den... So, der war schon weg. Was? Tatenüberraschung, du blödes, verficktes Stück Scheiße. Ich habe wirklich ein paar Leute weggeholt, oder was? Ah, du hast den gekillt. Du kannst ruhig reden. Das ist ein Let's Play. Hä, was? Ja, passt schon. Hä? Scheiße, was mache ich denn hier? Wohin, der Wix jetzt. Scheiße. Nein, 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 nein. Nicht dort machen. Ich bin eben noch hier. Okay. Treffer. Ich bin so konzentriert gerade, weißt du? Treffer. Hm, Bambi. Scheiße. Das war ein Wichser, ey. Gut. Hast gut gemacht, Bro. Ja, hat ihn gegessen. Ja. Oh, ist schade. Oh, fuck. Mein Anus. Mein Anus. Oh, fuck. So. Habe nichts gemacht bei mir. Aber ich habe die so geil weggesnipert. Oh, die kackt die entfetzt. Ah, ja. Gut, Mensch, der Part an der Stelle. Was, waren das drei mehr als wir? Tricks, Wichser. Ich hatte schon mehr gewesen. Tricks, Wichser. Okay. Der Benchner, der Part an der Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht euch was sehr volles. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, dann. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.